ja liebe leute willkommen zurück willkommen zu the walking dead auf einzelnen wunsch schaue ich mir das spiel mal an und wenn es mich packt wenn es mir gefällt wenn es euch gefällt dann gibt es daher noch einiges davon anklingen um fortzufahren das machen wir erstmal also ich kenne das gar nicht gehört ich kenne den namen ich kenne die serie auch bloß vom namen und ja ich bin mal gespannt spiele episoden status einstellungen spiel verlassen wir starten einfach mal wähle einen anzeigemodus aus der hilfe von der benutze oberfläche und feedback bei wichtigen entscheidung ja das mache ich auf jeden fall weil ich weiß nicht wie es funktioniert episode 1 ein neuer tag so so die zwei waren mal das ist dann 2 das ist dann 3 das ist 4 wie wir haben wir denn eigentlich fünf und spezial 400 tage okay das bald verfügbar und die sachen die werden wir jetzt machen das heißt wir beginnen mit episode 1 so so Das war's. Oh, es geht schon los. Ich dachte, es gibt hier so ein Intro. Oh Gott, ich hab auch noch Zeitdruck. Warum sagst du das? Ich habe ein paar Kollegen nach dieser Präsent. Wer weiß, wie viele. Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann, not for me. Big Mouth ist alles klar. Okay, ich dachte, das war mehr so ein entspanntes, so ein... Okay. Dann hier viele jetzt auf den Rückspiegel. Nahe Abfahrt. Ich bin ein Mäken-Mäken-Mäken-Mäken. Die ganze Familie used to be Regulars at your folks' drugstore, right in downtown. Still there? Sure is. Good. Ich habe ein Mäken-Mäken-Mäken-Mäken-Mäken. Ich habe ein Mäken-Mäken-Mäken-Mäken-Mäken-Mäken. Okay. Willst du wissen, wie ich es sehe? So. Vielleicht könnte es sein, dass du einfach die falsche Frau verandert hast. Das muss passieren. Ah, oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Ausstände. Schrauber. He was an older fella. Big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops. And having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama! It's all a big mistake. It wasn't me. That's what I wanted to do. So had this done. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. That's your mind. I got another good one for you. This one's a little bit better. A BOSS! A BOSS! Oh, shit! Ich bin zufrieden. Ah! Fuck! Mein Knie! Okay, verwende die Maus um sich umzuschauen. Okay, dann hatte ich sozusagen Glück, dass ich hier drin eingesperrt war. Scheibe durchschlagen. Gewehr? Okay, das ist der Punkt ist zum Anschauen. Hm, genau. Handschellen. Die muss Schluss werden. Okay, oben. Die Scheibe einschlagen. Gibt es noch was anderes hier irgendwie? Vorwärts. Bewege dich. Ah ja, alles klar. Ähm. Ähm. Was ist mal raus? Okay, also es ist ne Mischung aus. Probieren. Und, weiß nicht, kämpfen. Muss wahrscheinlich kämpfen auch. Fuck. So, ich sollte mir lieber mal die Waffe nehmen, ne? Komm, Junge, nimm dir die Waffe. Ne, hier lang? Kann ich hier lang gehen? Ah ja. Okay, ich kann gehen mit den Tasten. Kann ich die Waffe nehmen? Ja. Achso. Nehmen. Alles klar. Los, hab ich mir was gebraucht. Komm, nimm. Nimm, Junge. Gut. Los. Okay, das heißt, ich muss das Gewehrpatrone. Warte mal, ich nehme lieber die Gewehrpatrone und steck die dort rein und nehme die Waffe, oder? Achso, warte mal. Eine Gewehrpatrone. Komm, bück dich. Wenn ich weiß, dass es Zombies gibt. Den Vorlauf habe ich schon, im Gegensatz zu dem. Ja, komm. Nachladen. Hallo. Okay, das geht wahrscheinlich nicht. So, kann ich hier irgendwie... Soll ich nochmal rumgehen? Soll ich zu dem gehen? Also, der kommt bestimmt dann auf... Der kommt bestimmt dann auf die Beine. Ja. Kann ich hier rumgehen? Oder ist das jetzt alles nur... Gibt es hier irgendwas anders noch? Na gut, ich muss wahrscheinlich hingehen. Vielleicht hat er die Schlüssel irgendwo... Genau. Hier, komm. Nimm dir. Mach los. Ähm, äh, ja. Ja, 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 ja. Komm. Was denn? Nimm die. Nimm die. Nimm die. Na ja, ich seh, ich hab's im Urin. Komm. Und jetzt mach, 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 mach. Hahaha. So, andere Seite. Gewehr nehmen. Gewehr. Bitte nehmen. Ja, mach das doch. Musst doch nicht immer klicken. Oficer? Nee, nee, nee. Geh weg! Geh weg! Scheiße! Ja, die Knasse! Die Knasse! Das ist nicht Knasse! Ah, scheiße! Ha, bop, bop! Ah, natürlich. Mist. Okay. Alles klar. Das war ein Quark. Das muss man wahrscheinlich gegen Kopf treten, oder? Das war nix. Das war nix. Clicker, um fortzufahren. Sie sind tot, echt. Okay, also, Konzentration. Kopf einvisieren. Achso, nee, ich muss die Tasse nehmen. Komm in die Waffe. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Laden. Ich. Ach, Junge, nimm die Waffe. Oh Gott. Oh Gott, das ist ne Steuerung. Gott, alter. Gehirn, glaub ich, Kopf wegschießen, ist okay. Okay, meine Hände sind feucht. Das ist noch gar nichts passiert. Ähm, okay, also. Der Kinn ist all rot und er riecht wie Scheiße. Was zur Hölle ist das? Da oben. Ähm. Hilfe! Geh, geh' jemanden! Da, da, da ist ein Schuss! Na toll. Hm. Ich würd' mal aufstehen. Steh' mal wieder auf. Und nehm' die Waffe wenigstens mit. Ach, ich muss gucken. Ach Gott! Ich, ich... Ich muss alles selber machen. Alles. Fuck. So. Ähm. Oh, Junge. Ich drücke. Ich drücke. Huh. Ach? Hur. Ach. Ich drücke. Ach. 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 Okay, okay. Pssst, pssst. Nee, andere Richtung. Gut, okay, ich kann jetzt, äh, aha, okay. So, warte mal, ich... Kann ich hier machen, macht das irgendwie Sinn. Ich check mal die Lage erstmal, ich brauche irgendwie, ich brauche Verband. Versuche Tee-Service, nee, brauche ich eigentlich nur das. Ja, das würde ich auch. Kann man hier irgendwas hier oben machen? Suche da mal, ja. Hm, hallo, Mädel, bist du da? Junge, Mädel? Hallo, ist jemand da drin? Hm, wahrscheinlich nicht, ja. Gehe ich mal ins Haus, oder? Hm, na gut, andererseits würde ich das nicht so lange plägen. Und so laut und... Gehen wir mal reinschauen, hm. Ich hab keine Waffe, nix. Irgendein Stock, irgendein Knüppel oder so. Aufmachen, komm. Genau. Hm. Okay, anschauen, Fruchtschale, essen, trinken, das ist gut. Brauche ich bestimmt, oder? Okay, was hat man hier hinten? Malbuch. Oh, Jesus. Okay, gehen wir rein, wenn der... Ach Gott, Junge, oh Menschenskinder. Ach, also das, also... Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Okay, was haben wir hier? Checken hier erstmal alles durch. Messer, irgendein Messer, ja, nee. Torgi, okay. Okay, also einsammeln, das macht auch Sinn. Da, ähm, da ist es wahrscheinlich nicht drin. Ich schau mal hier, Notiz. Okay, was haben wir hier oben? Können wir wieder zumachen? Oder wir machen es nicht wieder? Wir lassen es offen, da wissen wir Bescheid. Gibt's nix, oder? Ne, gibt's nix. Okay, besser. Was trinken, ja. Ja, gibt's eigentlich sowas wie, ähm... Status, ob ich Durst hab oder Hunger oder Gesundheit. So, warte mal, das hat man, das hat man, dann nehmen wir das noch. Messer, Hackepeil. Pff, nix hier, hä, gar nix hier, überhaupt nix. Okay, dann gehen wir hier lang. Gehen wir hier vor. So, okay, ich kann mich gar nicht drehen jetzt, das war's im Prinzip. Okay. Wo ist denn dieser Anrufbeantworter? Oh, das ist ja. Vielleicht gibt's irgendwas da. Okay. Three new messages. Message one, left at 5.43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 11.19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6.51 p.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 9-1-1. We love you. We love you. We love you. Poor. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Ähm, bist du okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Mhm. Die kamen wahrscheinlich nicht hoch. How old are you? Eight. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? Hm, weiß ich nicht. 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where are the boats? Okay, da ist die Sandra wahrscheinlich noch da, hä? Where are you? I'm outside of my treehouse. Genau, dachte ich mir doch. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. No. 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 Okay. Okay. ich hab da geklickt bitte noch mal danke hallo gut, jetzt knall hin und dann das ist nix und dann ich mach' ich mache hier oh, ich nehm aber noch mal sicher sicher okay noch mal koffer abtrennen man man hi there did you kill it yes it's okay i think she was a monster i think so too you've been all by yourself through this yeah i want my parents to come home now i think that might be a little while you know oh look i don't know what happened but i'll look after you until then what should we do now hm ja vielleicht helfe suchen rein ab hier wenn die sonne untergeht vielleicht gibt's noch jemanden okay ach so tageslicht ist sicherer als nacht let's go stay close to me ja okay will man ja noch was mitnehmen vielleicht will man auch was mitnehmen okay irgendwie medizin oder eine waffe oder sowas da gibt's ja bestimmt irgendwas im haus was ist denn eigentlich da mit hier mit dem dem walkie talkie kann ich das irgendwie benutzen so okay ich bin da her oder meine ich kenne mich ja hier gar nicht aus tor warte mal wir gucken mal im mh geht das oder sind das leute dort das sind bestimmt leute machen sie sonst okay vielleicht helfen wir denen so leute ich leute das godt wir leute wir hier Wir werden erstmal gucken, was das für Typen sind, die ja schelten die N.A., oder? Ich bin Chet. Wir sollten nicht in der Öffentlichkeit sein. Wie bitte, du helft uns den Weg weg und wir nehmen dich und deine Daughter aus hier und nach meiner Familie. Es sollte sicher sein. Ich bin kein Vater. Ähm... Babysitter. Babysitter. Her Eltern sind aus der Stadt. Okay, das ist das. Ist das okay. Ja, im Prinzip stimmt's ja. Ich bin der neue Babysitter. Ich... Die Monster kommen! Oh Gott, oh Gott! Schau, schnell, los! Ähm, 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 ähm. Ich bin dran. Weiter, weiter, kannst du das machen? Ich bin dran. Ingo nie. Ich bin dran. I'd say your parents are you a tip. Hm, good luck. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried he'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Jump in the fence. Running from something? Just like everybody else. What type of danger has the girl seen? The kind there's a lot of. She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't get your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Hm. It's bad. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. It smells like... Ha. Scheiße? Sure. I'm sorry. I shouldn't talk like that. Aha. Stimmt. That was a square. That was a square. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. Hey. Get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in a middle of fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. They call him Duck, though. Duck? Yeah. Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. What family's from there? Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Hmm. Sure. We'll tag along. What's the plan, then? Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I wanna build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Good. Da würde ich ja mal Schluss machen. Du, das ist ja... Komm ja gar nicht dazu. Andererseits... Ja, interessant. Coole Sache. Also... Wir sehen uns dann... Ja, mach ich gleich. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Das finde ich schön! Tschür偿 Wir sehen uns dann... Wir sehen uns dann zumاعren Nós hier an.